Im Boxsport ist es nicht genug, wenn du nur die Nummer 2 bist. Be the power. Du willst an der Spitze sein. Be the change. Auf dem Weg an die Spitze wirst du mit einigen Rückschlägen zu kämpfen haben. Be better than you. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann. Es zählt bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Wie Mahmoud Schar.